Waldbegeisterung. Der Wald begeistert uns, die Bäume begeistern uns und wenn wir so einen fetten Stamm hier berühren, das hat was Majestätisches, was Königliches und das darf dich an deine Majestät erinnern, dein Königtum, an die Kraft, die in dir steckt. Du bist auch wie so ein Baum, wie so ein Gewächs. Du hast Wurzeln, Papi, Mami, Vater, Mutter und wenn deine Wurzeln gut in einem guten Boden sind und gut durchblutet sind, gut Kraft tanken, dann stehst du auch wie ein Baum und dann hau sich nichts um und deine Krone kann wachsen und das Leben, was du vor dir hast, was du hinter dir hast, was du gerade lebst, das kann Früchte tragen. Der Baum ist eine Metapher für ein kraftvolles, schönes, standfestes Leben und das können wir erleben, wenn wir rausgehen in den Wald und die Bäume berühren. Wenn du willst, kannst du auch anfassen oder Knutsch geben. Ah, das ist jetzt für Fortgeschrittene. Ja, anfassen diese wunderbaren Riesen. Das Spendetkraft, das erinnert dich an die Kraft, die in dir aufsteigt. Geh raus im Wald, lass deine Augen glänzen. Mach's gut.